Crab on Elbows, aka Ellenbogenkrebs. Stell die Füße auf der ganzen Fußsolle auf, dann geh auf deine Ellenbogen, Handflächen zum Boden gedreht. Füße ein bisschen näher zum Gesäß hin, ein bisschen näher dran. Dann richte dein Becken auf, halte diese Position und jetzt hebst du dein Becken an in die Luft. Ellenbogen schieben den Boden weg, du hältst aber die Position, versuchst mit den Füßen ein bisschen Zug zum Gesäß hin zu machen. Starte schalten, weiter atmen. That's it. Wie kannst du anstrengend sein, Mann?